Musik Bei der Vorwärtsrolle bleibe ich liegen. Auf der Seite, wo ich mit dem Arm abgeschlagen habe, stütze ich mich nun auch ab. Die andere Hand geht als Stopphand nach vorne. Das eine Bein ist aufgestellt, das andere Bein liegt auf dem Boden. Nun bringe ich die Hüfte nach oben und ziehe das Bein nach hinten durch in die Kappstelle.